schon okay jetzt schon okay wie viel karma habe ich noch skillsystem 1200 karma ja wir haben minus 27 wenn wir eine leute töten kann der uns das eigentlich in der lmg-magazin besorgen Reinen. Sofort die Waffe auf dem Boden. Sofort alle Waffen auf dem Boden, dass ich hier tot hab. Oh, ne den ihr Ernst. Waffe sofort runter. Sehr gut. Wunderbar. Und der zweite Konzept ist am besten auch. Ende über den Kopf. Wie macht man das? Hände über den Kopf. Hä? Oh man. Oh, jetzt hab ich kein Handy mehr. Ja, war mir so klar, der Michelin, der Michelin. Ja? So, die merken wir uns. Johannes, schreib mal auf. Schreib die Male auf. Hallo. Ja, und wenn der Michel die ganze Zeit niederschlagt, wird's funktionieren. Leg alles schön einzeln auf dem Boden. Wat? Was? Braust du? Ich versteh dich überhaupt nicht. Der Heli ist viel zu laut. Lass dir mal, ich versteh dich. Ich versteh, ich versteh euch wirklich nicht. Ich versteh dich, ich versteh dich. Ich versteh dich, ich versteh dich auf dem Fall. Ich versteh dich auf dem Fall. Hoffentlich sind die Cops. Das ist der letzte Show. Schlüssel her oder du stirbst. Ja, lass mich noch ein bisschen Zeit. Der ist alt, zerbrechlich. Schlüssel her oder du stirbst. Drei. Der hat dir die Schlüssel gegeben. Aha, brav. Aber es sind ja drei Leute. Vier Leute. Ja, du, Kollege, gibst dir auch die Schlüssel für dein Auto. Ja, mach ich. Kein Problem, Herr Officer. Gib, ey, gib mal schnell deinen Schlüssel. Gib mal deinen Schlüssel. Auf geht's. Ja, Moment. Ja, Moment, warte. Mein Z-Inventar-Spark, warte. Gib mal schnell deinen Schlüssel. Was machen wir denn mit dir? Du siehst ja noch einen relativen Arm an, ne? Du hast ja gar nicht die Angelegenheit. Ja. Ich glaube, du darfst dein Auto behalten. Von dem anderen habe ich keine Schlüssel. Ich sag mal so, ey, ihr seid richtig heftig. Weil ihr schafft Leute, die nicht haben ausgeraumt. Ey, pass auf, auf die diese Waffe. Ich würde dich warnen. Du solltest dich benehmen. Deine Waffe auf sich gerichtet ist, ist das ganz, ganz gefährlich. Weißt du? Wie kann sich das hier passieren? Warum habt ihr den jetzt getötet? Lass mich! Okay, das war ein Ding. So sieht er seine Klamotten aus. Weißt du, was das Ding ist? Lass mich. Du möchtest jemanden, der eine Waffe aufgerichtet ist, nicht beleidigen. Hat er dich beleidigt? Ich glaube nicht. Er hat dir die Schlüsse gegeben. Du weißt schon, dass das da gerade EDM war. Ja, deine auch. Ist das dein Kollege? Ist das dein Kollege? Ja. Ja. Ja.